Musik 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 Hallihallo Willkommen an der Weihnachtsmorfer von Day 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 Heute ist mal wieder meine alten, guten, geile Socke Alles Hallo Der Maxi ist wieder da Und jetzt gucke ich mal ob meine Pfand nicht drin ist Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pfand nicht drin ist Gucken wir grad selber rum Für alle Schreisse WOLF 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 ja es ist ein fun day schon von dpd aber von teil 13 deswegen tue ich einfach morgen dann kann ich ja ich habe eine app drauf es ist aber das erste mal wo abgebrochen ist wo ich gerade einen fun day machen wollte das erste mal ob ich es nicht erst das es ist halt scheiße wenn man jetzt nicht es ist egal ja egal was willst du von mir Spaß meinen was ich von dem will ne nicht mal das ok ich weiß nicht mal Spaß ach Matsi ist online Matsi ist auf youtube live bist du dir sicher? ja ich zeug den unterland live wird das auch am falschen ich denke nicht sicher? sicher? viel na gut dann werde ich mal in diese abendrufe mal in einem unterschiedlichen jungen knappe erst mal meine Damen und Herren Einen wunderschönen Tag und tschüss, so viel hier in Belvedellet. Hallo Sammy, 24, 6, 81. Geht's stets ein mit Speck. Da kommt sie auf den Start. Ja, ich bin auch am live stream von dbd, also könnt ihr auch ruhig vorbeischocken. Genau, und sie tut sich live stream auch. Also wenn ihr beischauen wollt, dann schockt vorbei. Ich bin auch müde, so ist halt nicht was. Was? Ey, der Marcel, der schläft fast nie, ne? Der bracht immer morgens früh im Sa** auf. Dann muss er wach bleiben. Doch, ey? Ja. Interessiert mich gerade sowas von gar nicht, Dicca. Aber Michael, ne? Ja. Na klar. Ich bin immer die Nummer 1 von dir. Was? Joa, mittlerweile schon mal. Ach. Wie gesagt, das was ich dir gefreut hab, das ist auf mein Ernst. Ich weiß, ich muss trinken. Aber wie stehst du zu mir? Ähhh... 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 Wie soll ich sagen? Nein. Nein. Gib mal hier eine Frage. Du musst es jetzt nicht sagen. Hm. Also. Was denn? Ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Upsi. Was? Was? Warte. Bitteschön! Warte. Was? Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 also echt, stimmt, also hab ich doch aber, also, ist es wirklich so oder wie? ja krass, hätt ich gar nicht gedacht äh, besser aber das freut mich mehr oh, äh, Peil der Rose, äh, Spielfingern das weiß ich auch krass, freut ich eins, zwei, drei, vier kratze also, hallo jetzt willkommen ans Team äh, Moment äh, ja, du hast gesagt, kannst, äh, äh, freut ich, hast du gehört? hast du geschrieben? das freut ich, hast du geschrieben? am Ende freut ach so, ich hab gesagt, äh, ich, ich wollte eigentlich, äh, freut ach so, alles gut halloo so, meine Damen und Herren, es geht los mit der ersten Runde hier, ne? jetzt müsst ihr dann gucken, wenn wir den Channel zu reprieren können, sodass unsere Kinder nicht wieder guck oh nein, ich muss mit der Kidda ich hör schon nicht oh, GOSFACE FRANKS das ist Fake meine Damen und Herren, neu Hilfe! ich hab Herzinfarkt bekommen der GOSFACE kam auf mich von mir zu, Alter alter, alter, Mia mhm hh 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 hュ hr hh hh h com hh 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 h hh 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 s hh hh Matze! Er tötet mich! Er tötet mich! Ich bin großartig. Nein, ich bin großartig. Was soll ich sagen? Nicht Angelic! Wannoh. Ich bin gestoppt. Ich bin großartig. Die erste Runde verkacken. Scheiße! Kommt der wieder? Ja. Äh, ist bei mir ein Lappen. Du bist so ein Lappen-Ghost-Fake. Ghost-Fake. Ah! Darf ich dich entfüllen? Komm, lass dich entfüllen. Was machst du, glaub ich? Stalken, oder was? Äh? Wieso bin ich jetzt gefährdet? Komm, zähl, zähl. Das ist scheiße. Müsschen! Du musst in das Kampel! Äh! Haah! Hah! Patschi! Buh! Buh! Du weißt! Buh! 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 Alles in meinem Team, hallo! Mach uns alle gegraben, du Spitton! Hi Marcel! Das ist ja mal gut, das ist mir in Zukunft. Dankeschön, was ist mir in Zukunft. Hi! Ja, ich bin grad gestorben, weil der Großvählchen mich einmal getroffen hat, mich am Hagen gehoben hat. Dann hat er mich nochmal getroffen und hat mir einen toten Perk gegeben. Er hat mich ermordet. Brutal! Er hat mich brutal ermordet! Ja, Moro, ich guck grad zu den Max langzeit. Ja, ich guck grad zu den Max langzeit. Ja, sie guckt mir hier zu. Wie ich... Ich... Und was machst du so, Marcel? Was? Was hast du grad gesagt? Was? Hä? Ich hab gesagt, Barbie, die Unschelte, kleine Sacki. Das wird weh. Ja, siehst du? Okay. Dein Gruß fängt aus. Aber du hast es aber nicht dem Marcel gemeint, oder? Hallo? Es ist aber nicht dem Marcel gemeint, oder? Du hast dich ganz in den Ghostfake und ich dann auch nicht dein Freund. Ja, weil er... Weil der Marcel gerade ausgegangen ist. Marcel, klärt den Tisch, das ist nicht dich gemeint. Mit dem Fähne... FAKE! Ghostfake! Scheiße! Der Marcel hat mir einfach nur... Hallo? Der Marcel hat mir nur hell geschrieben und dann ist er weg. Weil er kein DPD mag. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du bist der letzte Überlebende! Oh nein! Ich will Ghostface! Wo ist er? Ich habe gerade so komisch rausch gehört. Ich dachte mir auch noch nur täuschen, aber... Es ist so ruhig, es ist doch... Ähm... Du weißt aber schon, dass ich dich schon gesehen habe, dass du gerade ins Furz kommst. Du hast ruhig genanntes Hof. Oh! Ich hab's gesagt! Ich wusste, dass er da ist! Ich wusste es! Wo er ruhig ist, weil ich es kenne. Dass er einfach so ruhig ist. Ohne mal ruhig ist. Wir müssen abwarten. Mein Bein eigentlich hältst du, dass ich zurückgehe, ne? Ich bin jetzt so tot! Das ist ein Windhaus und der Leiter hier ist doch ein Grundporz. Ich brauch mich mal raus. Ich hab's auch nicht lecker zum Ding... Ich bin jetzt... Da hab ich eigentlich am Eisdruck sein. Doch vielleicht schon aus der dem Platz! Ich bin sicher geworden, dass dafür... Ein Moment... Er ist neuer... Jetzt mit... Du bist nicht möglich. Du bist nicht so großartig. Aaaaahhhhhh Tun für Mods, ich habe genug Mods, Bank. Wenn ich mein Haus taufe, vielleicht dann aber nicht jetzt. Tja, Moment, Moment, jetzt musst du mich erst mal suchen. Kannst mich aber nicht finden, ich bin im Schreck. Oh, Mensch. Ich bin hab nicht. Ja, das ist das, Genug. Ja, dieses Spiel geht mir sonst. Das ist ein Schuss! Das ist ein Gerät. Das wird mich jetzt nicht mehr wollen. Das ist mein Herz. Bin ich ganz toll. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ratsch! Ja, der Zugeschirr war nicht total geholfen, aber es ist aber immer noch nicht da. Man sagt mal, warum, wann hättest du den S bekommen sollen? Gehen wir ja. Ja, wir fangen jetzt mal hoch. Warte, ich schau. Okay. Ach, du bist du, dass du mit einer Hälfte aus dem Zeitpunkt schon geholfen hast. Wir haben immer noch ein bisschen zu schulen, okay? Wir haben uns noch gefragt, ob sie es ausgeschickt haben. So. Okay. 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 Amen. Nee, habe ich jetzt vor... Ich glaube nicht, wenn irgendwie... die Sendung nicht kommt... ... dann will ich noch Geld zurück... Jaja, klar, aber... ... dann fragen wir also, wie wir snap, ob sie das losgeschickt haben. Sobald da. Ach so. Ja, das finde ich da. Ist das es? Ja. Das ist ja gut. Na genau, genau hier weg tun jetzt. Das steckt sich umgehend und fährt weg. Was nehmen wir da mal ein? Schwierig. Echt schwierig. Ach, jetzt wollen wir dich in die Wanderung holen. Das ist ja gut. So. Oder wolltest du was anderes sagen? What? Nein. Eigentlich nichts. Was war's? Was? Interessant. Ich vermöge... Was denn? Keine Ahnung. Warum ist es da so schön dunkel? Hä? Was? Schade. Ach. Hartgefurz. Ja, jetzt wo reingekommen ist Max. Max sag ich schon. Marcel. Mann. Boah, sonst war niemand. So ist jetzt in den Organ ist auch nicht reingekommen, mein Laischen. Also echt, Mann. Nein. Dauert noch, gell? Bis die Leute reingekommen, oder? So, und dann halt schon mal über Kunden oder was geschrieben. Ja, siehste. Was? Dauert noch, weil mir noch Leute reingekommen noch. Ja, nein, aber das ist ein Land und bei mir auch gewesen. Okay. Alles gut. Das dauert noch einfach immer seine Zeit, vielleicht? Alles gut. Ich hab 131 Arbeits und davon sind nur zwei Zuschauer da, weiß ich's dann. Mann, warte mal, ich mach das jetzt mal anders. Schickst du in mein Livestream rein, oder was? Nö, nicht bei mir, aber ich schick das jetzt mal in der WhatsApp-Gruppe und mehr weiter. Meinst du bei mir, oder was? Von deinem Stream, ja. Ah, okay. Ich hab ein Like heute dir gegeben, dein Freund. Ja, dann nur reingekommen. Geh dir mal gar nicht. Und hey, schön, liebe Menschen. Nein! Was machst du sogar? Weil die Kloppen drückt. Boah, ihr Stink zerfurz. Ach, wer hatte ich nicht. Aua. Jetzt ist mein Lollipop jetzt. Boah. 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 Boah! Boah. 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 Aber... ich bin mein Lolli nicht auf. Was ist denn schon denn Lolli? Keine Ahnung, warum Lust auf Lolli? Hast du nicht mehr Lust auf Lolli? Wie bitte? Wie bitte? Hast du nicht mehr Lust auf... MEIN Lolli? Ach so! Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Das ist das! Also das ist echt... Na, echt in den Film hast du noch mal fest. Hahahaha! Äh, ja! Hahahaha! Mal, vorher gekriegt die Runde, nenn ich an mich, ist langweilig! Das schwöre ich dir, das heilt mich, das tue ich dir heimzeit! Hahahaha! Oh, das ist so fies! Mit was denn? Was? Was? Hahahaha! Was isst du denn da schon wieder? Wenn du schon Lolli isst, isst ich halt kaum. Ach so! Cool! Hahahaha! Was isst du denn da schon wieder? Wenn du schon Lolli isst, isst ich halt kaum. Cool! Was? Hahahaha! 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 Somm ich dann... Hahahaha! 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 Ich bin jetzt seit... Halberstunde live, ich habe jetzt sagen, wir haben wir das mal ohne gespielt, was ist denn los jetzt eigentlich hier? Hallo! Willkommen! Willkommen in meinen Stream! Hallo! Herzlich Willkommen in meinen Stream! Ich geh jetzt mal los hier! Ratte! Ratze! Matsu, du hast noch den Schlüssel in der Hand! Ich bin noch nicht so laut! Ratte! Du hast einen Schlüssel in der Hand im DPD! Ja, dann treu ich dich selber, guck sie! So! Hallo Willkommen in meinen Stream! Hallo! So! Gut, gut! Man, nicht an den Fernen ist keiner da! Aber egal! Was ist denn? Das sieht super schön aus! Ich verschluck gleich meinen alten Lolli hier! So! 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 Ich bekomme die Schicht, bereit, bereit, mit der Verschneidung. Gerade gefunden. Der gute alte Doktor. Es ist der Doktor, meine Damen und Herren. Hi, Markus. Markus Schube hat mich geschickt und guten Abend zu wünschen. Dankeschön. Markus. Dankeschön, Markus. Hallo. Das ist von X-Song, die Gruppe. Danke, Markus, dass du mir vorbeischast. Er liegt von mir. Ich hoffe, die geht's gut, Markus. Es ist immer willkommen. Oh, schau mal. Markus, hast du mich abonniert und Like gegeben? Was? Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab gesagt, dass er Markus nicht mal abonnieren soll. Boah, schau mal. Dann würde ich schon abonnieren. Nein. Okay. Like und ein Abo sind da. Dankeschön. Oh, das ist lieb. Danke, Markus. Danke. 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 Bist. Hey Markus. Nein, nein, mach so. Guck mal, mach so. Hör mal, MAU. Das ist ja jetzt, Markus. Was macht sich sehr unbillig bei mir? Willkommen! Wer will? Und Markus, was machst du gerade? Was machst du gerade bei dir? Hilfe! Hilfe! Ich habe bloß den Mut! Danke! Warte mal! Ich kann nicht reden, ich habe gerade einen Killer im Arsch. Ich denke, es geht ganz schlecht. Oh mein Gott! Warte mal! Warte mal! Warte mal bitte! Danke! Danke, dass du Single bist! Von daher, wie viel Liebe ist so eine Sache! Wie meinst du jetzt, Markus? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich darf nicht mehr hängen! Das ist ganz geil! Er kommt direkt auch zu mir! Das ist super! Oh mein Gott! Matsu! Wo bist du? Ich bin verletzt! Ich bin nicht gerade so faul zum Heiden! Ich bin gerade selber beim Heiden! Ich habe nicht gesehen! Ich habe nicht gesehen, oder? Weißt du das? Doch nicht! Okay, doch nicht! Jemand von anderen gefreit mich gerade! Ich habe so verstanden, dass jemand was mit viel Liebe gesagt hat! Ach so! Ach so! Ja, der Matze war es! Alles gut! Hatte ich mir dankbar zu mir! Like und Abo gedanken! Das ist... Hatte ich mich bedankbar dir! Dass du sehr, sehr nett zu mir bist! Gerade! Weil ich nicht... Ja, ich habe das in der Gruppe reingeschrieben! Ja, und dann habe ich gesagt... Dann habe ich gesagt... Ich gebe mir auch sehr viel Mühe! Und sehr viel Liebe! Zum Livestream! Auch wenn ich noch keine Livestreamer... Superstar noch bin ich! Kommt noch! Alles mit Zeit! Alles mit Zeit! Alles ruhig langsam! Tja, Bill! Es ist selber schuld! Du hast mich auch erst in der zweiten Phase geholt! Es sind so liquid! Mein Gott, triff deine Wahl! Ernsthaft! Ah, okay! 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 Das auch noch! Du Scheiße! Ich versuche die eine zu retten, ja? Ich gehe zum Mitbeleben darin! Nein, ich bin so weit weg! Ich kann sie nicht holen! Ich aber schon! Halt durch! Halt durch! Halt durch! Halt durch! Halt durch! Ach, verdammte Scheiße! Das überlebe ich nicht! Dreh! Da ist jetzt kurz rein! Gehen. Nein! Scheiße! Gah! Gah! Ja, jetzt bin ich wieder tot, die Däden. Mann! Nein, Matze! Keiner von der Zwarte gehören, meine Zufall! Mann, Gott, da ist ein Fahrt hoch! Na komm zurück, ich geh weg! Mann, kommt der Netz! Oh, ja, ja, ja! Was macht der Keller? Der geht rein, raus! Rein, raus! Das sieht so falsch aus! Rein, raus! Ach, ja, nicht schlecht! Okay, stopp! Okay, ein Stück! Kann ich gerade machen? Versuch, darfst du nicht? Äh, ich meine, die Luka ist so schön. Jetzt wird spannend, Leute! Ich wünsche mir Glück, dass ich die Luka finde! Nehmen wir so ein Hauptgebäude hin. Ich glaube, da ist sie drin! Was ist denn hier? Das sah da aus! Du kannst keinen Ausgang aufmachen! Ich weiß nicht, wo die Luke ist! Ich bin gerade die Luke am suchen! Ich weiß nicht, wo die Luke ist! Geh mal ins Hauptgebäude rein! Ja, rein! Ja, rein! Ja, geh mal gucken! Oh, boah! Ja, scheiße! Hups! Ähm! Das... Der hat mich nicht gesehen! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Alter! Wunderlich, ich! Oh, je! Ja, hol mich! Töne mich! Ja, das ist schlecht! Auf jeden Fall war ich gut gewesen! So ist halt nicht! Ich hab mein Bestes getan! Ich hab mein Bestes getan! Ich hab's nicht schlecht gesagt! Ich hab meine Bestes getan! Ah, das ist kein Neil! Ich ba mich nicht! Von der von Baumwänger Ja, Markus, das eine ist Fun-Play, was du mit meinen Videos jetzt ein bisschen doppelt Jetzt, weil, ja, ich habe einen Unfall. Ich wollte einen Thumbnail wechseln zum nächsten Leistung, Teil 14, was ist? Mein System ist abgestürzt. Jetzt konnte ich nur das Leistung starten mit demselben Bild, ich tue es morgen bearbeiten. Morgen ist jetzt sowieso drauf auf YouTube, weil es ja nur ein Video ist, das ist morgen abends ja schon drauf. Dann kann ich das Thumbnail bearbeiten und noch das Video beschreiben und die Playlist sitzen. So einfach ist es auch. Uh-oh. Musik Okay, we're trying to love you. Okay, we're trying to love you. Okay, we're trying to love you. Okay. 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 Wer war das denn für euch? Wer war das denn für euch gewesen? Wenn das was... Entschuldigung, ich hab euch heute gar nicht mehr gut passen Matze, mit wem redest du? Ich bin grad voll erschrocken Matze, mit wem redest du? Ich schaue mal Ach so, ich bin grad voll erschrocken gerade Mit der Pussy Keiner gefunden Aber es hat Markus geschrieben, ich bin lieber oder so Ja Jo, und das ist kein geraden Und Markus ist auch ganz ein netter und lieber Typ Doch gerade gefunden, bei den Schränken Doch gerade gefunden Was? Was ist das denn da? Was? Schon wieder Doktor? Nein Ich weiß nicht, ob man das So So Und das nächste Woche tue ich zum Beispiel bei der Evolution Dice Und du kannst mir da gezogen Markus, ne? Das ist so ein Spiel mit dem Park Und heute mit eigenes Park Dinosaurier Dinosaurier Fast so ähnlich wie da eben so Auf euch schon Och man Und ich freu mich Und ich Und ich Und ich freu mich Und die Geschenke entschlossen Freitag Nächste Woche Nächste Woche Matsu 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 Ja Ja, ich treu mich kaum rum, dass du so leiser bist Wie sein 위 mit halt 地方 W Die Kille ist doch vermutlich für den Parfek, die keine andere ist Tür Ich glaube die Kille ist nicht gut Rainbow Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! 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 Mein Gott! Gerade für schnell fertig machen! Mein Gott! Kann aber nicht die Kinder vom Arsch in Hilfe! Oh Gott! Gerade für schnell fertig machen! Bitte im Keller bitte! Gerade für schnell fertig machen! Schnellstoff Hilfe! Nach 9500 Gerade! Ich werde es versuchen! Kann es nicht versprechen! Kann es nicht versprechen! Denke 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 da kann Matze mehr versprechen! Euch beide noch viel Spaß! Dankeschön! Idiot! Haha! Tschüss Idiot! Ich gehe! Scheiße Hagen! Verdammt nicht gut! Das ist ganz lustig! Moment! Scheiße! Nein! Scheiße! Nein! Bitteschön! Bin dann für heute raus! Okay! Macht's gut! Schönen Abend noch! Danke! Sollt ihr einen Grotte machen Keller! Der ist fast fertig! Fisch! Man, ich hänge hart. Warum bist du denn so eine Weibse jetzt noch rein? Keine Ahnung. Ich hab's lauter gemacht eigentlich. Ja. Oh mein Gott! Ich wollte auch mit Ruhe helfen, Mann! Wieso geh ich jetzt beim Geracht? Vielleicht bin ich auf dem Geracht. Danke! Danke! Ich wollte aufzutauen und gebe mich ein Stück Kacke nur. Wie in die Nähe ist? Da hättest du dich erwischt. Ah! 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 Ich will gerade! Mach's der gerade fertig! Mach's der gerade fertig! Los! Mach's der gerade noch fertig! Mach's der gerade noch fertig! Mach's der gerade noch fertig! Ich hab mich vor euch geopfert. Ich geh zum Ausgang. Wie super lebt es ist! Entschuldigung! Baby! Hallo! Entschuldigung! War doch das cool oder was? Ich hab' den gelocken müssen im Mund. Stand 16! Ja. Ich komm' den Mal trotzdem runter! Der Kinder ist auf sagen 18. Ich glaube ich muss jetzt die Ausgänge noch machen. Leute, das macht der Ausgang auf. Ich guck die gerade mal zu, Matze. Ich guck die Nuke, siehst du? Lassen sie noch ausgehen. Lassen sie noch ausgehen. Ja, du Krustiger. Geht raus. Alter, bei der Killer Kugel ist so voll geile Perks dabei. Alles lila, Junge. Oh Mann, ich muss gleich wieder ins Bett. Ich guck das, bitte. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das war's. Das war's. Das war's. Was machte? Ja. Bist du mal bereit? Hast du halt schon raus? Alles gut. Was bereit ist, aber bei mir ist da kein Paddygewicht gestaltet, weil ich glaube nur was brechen Jetzt hat es anders geklappt Ich möchte es nicht Ärgert dich das? Macht's nicht Was ärgert mich? Was? Was soll mich denn ärgern? Was? Du hast mich gerade gefragt, ob mich das ärgert, was soll mich ärgern Weil du gerade den Kopf so gemacht hast Der Kopf gerade so gemacht Aber er hat dich eben nicht verstanden Nein, ich bin ein Escort Ess nicht Wir stehen nicht vor, warum du so leise bist, warte mal Ich mach das nicht anders, warte ich rutsche mal zurück Okay Hi Ah, jetzt bist du wieder normal Danke Okay Wenn kommt endlich der Party ey Ich muss bald wieder ins Bett Dann nehme ich gleich jetzt schon 10 Uhr und dann habe ich noch eine Zeit bis halb 10. Äh, bis halb 11. Dann haben wir schon alles. Keine Ahnung warum die Runden sind. Bis ich mal in der Runde finden muss. Ach, Maxi. Ach, Maxi. Ja, ich bin hier gewesen. Weißt du was ich dich habe? Was denn? Was siehst du jetzt? Ich kann nicht schreien. Kannst du nicht schreien. Nein! Och, Mann! Mensch! Das Dinosaurier bin ich und das mit dem Herzen freu mich. Sag mal, kann man denn mit der Party kommen? Hallo! Mensch ey, warum braucht die Runde so lange? Mann! Ich brauche ein Kaugubi. Das ist ein Ungedoll! Ja! Fisch! Da geht doch, Mensch! Ich zweifel mir in allen McDonalds und eine Jane Romulo. Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ja! Ich habe einen Weitkaufelmund. Ich habe einen Weitkaufel in meinem Mund. Oh, Knochen. 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 Den Trom Salon. Grab von Glenvale. Von Todesboden. Gerade gefunden. Hat sie die Runde, wo sie es alles bekommen? Hat sie? Nein, ja, was? Die Runde hat bekommen. Heißer. Oh, Knochen. Oh, nicht die... Nicht die Karte ist mehr stark. Hanna. Ahorska. getuuft. Uh. Das ist das Gott jemand ihm Sass rotates, Komm raus. was ist das Fuck一 gar nicht k 근bell. Das war's für heute. Das heißt, das ist gut. Ich will immer noch mit der Olle rumlatschen. Oh scheiße, okay. Jetzt hat sie ein bisschen nachgekackt. Weiß ich nicht so gut ist. Aua, die schlachtet nicht. Die bleibt bei mir vorstehen. Aua. Die geht weg. Kommt wieder. Kommt wieder. Die wirst du nicht gerne holen. Die wirst du nicht gerne holen. Die wirst du nicht haben. Was soll das nicht werden? Aua. Das ist doch eine Zeitung. Du kannst sie schlagen lassen, wenn sie es ist, ne? Ja. Das geht aber nur für eine Potzezeit auf. Muss auch aufpassen, ne? Ja. So gut, dass du weg kommst. Kommt wieder. Ein Matze. Oh Marco, danke für deine Spende, Mensch. Bisschen verrückt. Das hätte doch nicht sein, wenn es die jetzt... Nochmal, nochmal, nochmal. Wir können fliehen, wir können fliehen. Max, du, wenn du gerade gemacht hast, ich geh zum Haus und mach auf, ja? Ja? Ja. An vielen Mölch, komm, da. Und das Ding um rechts. Bist du unten? Mach jetzt auf, zur Hälfte. Oh! Bist du das Ding um? Ach, nö, sieh! Look at this! Cornest out. So, die mountain ich nicht war・D�� Thoughts der Heipes Day qua? Ihr seid nicht glücklich. Wart seit dem Glück oderMund? Oh! Oh! Cool! Und wie gesagt, noch mal vielen lieben Dank für deine Spender, es sei lieb von dir. Aber das hätte ich nicht sein müssen. Ok, Pups, du kannst aufmachen. 3, 2, 1... Gott, Entschuldigung, musste raus. Sorry. Ich musste gerade raus. Oh Gott. Ok, meine Wolle, jetzt ist... Geil, bitte, dann komm, ey. Ist jetzt 1 auf gelieft? Was? Würde ich ja lachen. Was ist? 1 auf gelieft, Alter. Ok. Boah, war Rang 20, das ist aber gemein. Ja. Ach so, ich bin mit Rang 7 hier, ne? Eieieieieiei. Ich muss nicht mal noch Spenden hier rein, oder? Das ist doch mal der Marke. Spende muss immer sein. Ja. Das ist doch dran. Ja, ja, ja. Ich muss nicht malen, malen. Ich muss nicht malen. Ja. Mach. Untertitelung. BR 2018 Maxi! Ja? Aber dich lieb. Ich nicht mehr. Ich bin so müde. Ah! Ach! Das habe ich gesagt, nein. Wir müssen ja nicht mehr spielen, wenn du nicht mehr willst. Alles gut. So, hier ist das ein Bett. Und ich muss das jetzt mal rein tun. Erstmal. 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 Ich muss kurz für den Energiekrank was gucken. Ich muss kurz für den Energiekrank was gucken. Ich muss kurz für den Energiekrank. 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 und kurz für den Energiekrank. Ich muss kurz für den Energiekrank. Ich muss kurz für den Energiekrank. Mann, ey! Ja, ich habe 10 Minuten. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja! Ja, ich weiß. Sof, wei! Ja, ich weiß. Ja, wir sind. Ich bin eine Spitzscheiße! Warte, ich komme zu dir! Oder er schluss. Ja! Ja, im Welttunnel, er weckt mich! Anstatt, dass ich einen Schlag trinken würde! Ja, ich kann nicht mal sprechen! Ich hab's am Tisch, weißt du noch mal! Ja, ich kann nicht mal sprechen! Ich hab's am Tisch, weißt du noch mal! Okay, jetzt bestimmt nicht. Was ist das denn? Kann ich mit mir? Ich muss mich noch nicht so wegtunneln und die machen gar nichts! Technisch man schlagt gar nichts! Seh ich nicht ein! Tja, kann ich nix! Komm schnell! Komm schnell! Komm schnell! Komm schnell! Komm schnell! Die machen irgendwie auch kein Gerate. Ich soll gar nicht Gerate machen, was ist denn? Ich kann ihn leider nicht dazu machen. Ich kann ihn dir nicht. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Ja, gut, ich bin jetzt. So toll! Nee nicht mit mir! Auf diesen Schüssel! Ah! Ah! Das tut sich sowieso nicht vorbei. Das ist jemand in den... In 4 Minuten muss ich nämlich ins Bett. Was? In 4 Minuten muss ich ins Bett, deswegen mach ich schon die Leistung aus. Ich muss ja gar nicht ins Bett. Was? Ich mach den jetzt auch aus. Okay Leute! Schön, dass ihr dabei seid und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis bald! Tschüss! Gute Nacht!